ja die jahre leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren aufnahme warframe zusammen mit marcus und futter juhu juhu Leute ok und zur einleitung heute erste mal die heutige übertragung das ist der master blueprints für die oberen ok ok leute wir müssen diesen oder nata bauen das ist ein art schwingen und dafür müssen wir jetzt erst einmal auf auf in die weite weite welt man kann hier noch mal in die schmiede reingehen hier mit die blaupause das hitze schwert ist ein weiteres hier was ich mir gesetzt habe und diesen oberen schassi ein teil für den oberen warframe habe ich auch schon fertig gebaut das heißt da wird es demnächst vielleicht auch mal was cooles geben aber ich würde sagen jetzt erst einmal hier auf 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 die venus mission art schwingen hole die urkornilite archivs zurück stufe 10 bis 12 das doch mal was anspruchsvolles für den futur halt die schnauze wäre sicher immer beschwert dass wir so langweilige sachen spielen ja kann ja nichts dafür dass hier nicht jetzt spielen wir hier eine 10 bis 12 mission da kann der futur sich mal voll austoben ist ja perfekt für sein level gemacht hier dann ist ja super das wird mal wieder n n so fützte koppel ausgeschlossen m ich glaube jetzt dort flühen darauf sind mit vier energie die euch hat nur gelesen ja und ich muss den gegner tötten die mich nicht bemerkt haben also bitte zu türen die Skription ich lade mal Markus wieder ein wenn ich bin die in die Ruhe in Person also mich hörst du nie jetzt komm ich ich wollte einfach bloß nicht mit euch das hier sieht geil aus weil ich wollte nicht aufmerksam wenn du mit dem MG schießt hat oder alter ja ich muss ihn doch töten nein du kannst die weg messern du bist so ein idiot ich muss die leise töten ja ja ich bin ganz unauffällig schießt da mit dem Maschinengewehr ja ich nehme jetzt mein Schwert am besten versteckst du dich in irgendeinem Tunnel und bewegst dich nicht mehr ach ich soll vielleicht stirbst du dann mal nicht weg die Korsos Alter was sind das für hässliche Dinger Korsos Kanonja warte fand ich den Agiknoten wo ich klauen muss aber das hier sieht geil aus ah die Waffenfähigkeit muss ich ansetzen das war so hundert Punkte Hörer von so einem ganz viele ja dann schild du dich irgendwo hin bitte und nein und die hässlichen befallten hier ist klar weil sie das nicht machen ja hier muss ja voll rein er ist rausgekommen und hat übrigens so sehr aus dem Schlag gemacht also falls es dir doch nicht aufgefallen ist so gut dann hätten wir die hier weg da das seht ihr ich würde mich auch nicht zu rettet auch vor die müssen natürlich nicht bemerken ob die nicht bemerken ist es egal nein wir zählen das Gruppe das heißt wenn sie dich bemerken haben sie mich auch gemerkt oder es wird ein Ding ich habe ihn abgestochen so macht man das oh oh wer ballert mit dem MG in den nächsten Raum rein damit uns auch ja jeder mitbekommt die 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 da war so ein komischer Dinger was willst du von mir dass ich zehn Leute Stealth killen muss Achtung das hier war eine Druckplatte ich glaub das ist mir nicht gut dass wir drauf getreten sind doch da fahrt nur da hinten der komische Sattel hoch darf ich jetzt wieder ja ja die haben uns eh schon bemerkt dank deiner MG Aktion wir haben schon alle auf uns gewartet und kack der Schäuze ja gut nicht mehr einladen nicht mehr den Foto einladen leck mich hauzei steht auf der Stelle und ballert rum das ist nicht wo ich treffe ich bin tot was hat ist das Bild und es hat mich gekillt wie hier dort er war der ich muss warten ist er hat ohne jetzt sei jetzt sei hallo die ja einmal zu machen weg auf dem Weg auf dem Weg Achtung und wenn ich nicht mehr hier auf und dann können das alleine spielen noch ab und zuvor ein paar Diener wieder angekratzt könnte ich durchs Kotzen kriegen war das Ding heute hätte eine Versorgung weiter das Ding ist übel er geht um die Welt hoch mit der Gruppe verboten werden ja möchte ich er ist so verletzt der hohe nach dem mann jetzt kommen alle btf er war mir schreit ob der streit kommt nein ich hab immer noch keine 10 11 kills weil bisher bisher dem raum jemand mit der bergierung geballert das ziel aber auch die verkündeten das ist geile er der strahl ist geil der arbeit das ist das ist habe ich ein strahlender wird fest nicht gut ausstrahlen war die rief die lachen ist aber nur hintergehen so ich habe es nicht geschossen ja wir sind auch noch mit einem neuen raum das ist immer noch in dem Raum und die nächste Ropp-Wallert auch schon drüber unglaublich von Anfang an der Mitte und sie wird weggelegt bis jetzt halt weil er mir war der ersten Zollerwettbewerke gewandert hat ja wohl lass mir doch jetzt auch mal ein paar Kills ja dann tötet doch mal suchst du dir selber deine eigenen Leute ja du wirst du sterbst heute wieder ich sterbe ich bin geskilled du nicht ich kämpfe gegen den level 10er korrupte uralte irgendwas hat er das noch nicht gesehen keiner er hat uns gesehen wer ist jetzt rum gehüpft ich nicht da war es gerade markus der wir vorbeigehüpft ist den hat auch jetzt gerade gesehen ganz oben der oben oben noch der oben wie in Deckung Markus der hat uns jetzt auch gesehen ja was alles schon geht das war ich nicht nein der oben ist so umgelaufen wie 5 macht falsch Geld hat uns nicht gesehen den hier oben den habe ich ganz gedacht ich komme schon am Stück was das hier für komisches Leuchting macht die Dinger kaputt das sind Schützschild, das sind Schützschilder für Dieter ja ich hab's ich hab's hier den nächsten mal setze ich B1 oder 4 und dann so Leute jetzt diese Tür hier nähert sich keiner außer mir da ist noch ein Gegner hinter uns 2 sogar oh ich habe hier der Witte zerteilt geht ja auch ja das habe ich auch gedacht ja ok dann runter da hinten ist ja doch gehe ich da mit dem der gut dass ich verklappt aber das haben wir uns gesehen der hat uns gesehen der pissen sicher ja 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 tut ein schwer auspacken foto habe ich doch ne wie kann ich das auspacken er festhalte oder 1 drücken oder was du hast guter tatsache ja die haben wir uns schon gesehen oh noo's das schon wieder so einer die Viecher kannst du einfach nicht wegleifen weil die noch nicht sofort weg ja ja alter wie geil ist denn das was habe ich denn da in der geistrahl da hinten ähm rechte maustaste und dann schlag mal mit dem schwert kennst du das ne da ist nichts doch drücken genau drück rechts markus drück mal rechts links gedrückt halten und dann gedrückt halten du hält jawohl dann blitzt alles es passiert aber nicht und dann schlagen hört sich wie cool an siehst du das lächerlich ja geil ja habt ihr wieder nicht gewusst aber da muss man nur links klickwache übrigens Tatsache aber recht gut kannst du probieren ja aber ich habe eh autopariert oh das oh das ist ganz viele Strähnchen oh fuck das ist was du mit oh ja jetzt wird's lustig jo ja wall one dahin und wall one ja o ja das ist ne ich bin auf der anderen Seite und feit mich hier mit allmöglichen infizierten oh nix ich hab nicht gesprungen oh fuck oh 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 wie geil ist was denn bohren oh ich weiß gar nicht warum was sagt als gestern ich mit Markus gespielt habe da hätten wir locker 40 davon geschafft oder 50 von 100 er hat ja wie er sich so wie er wie die ganze Mission durchgestellt die Eide der Opfer einer das ist selbst so jetzt wurde auf der Probe es ist vorbeigeschneidet war richtig zurück das ist anders also bisher Vorsicht auf Pressure Blades ich gehe mal runter und ich gehe mal runter da er wird gesagt nicht mehr er weiß nicht doch was geht oder nicht hier vorne sind welche Moabendländer gut nein ich bin direkt dahinter gelandet und irgendjemand das ist das Leben ich habe nicht gesehen mich nicht ich habe nicht gesprungen auf jeden Fall hier ist irgendwo direkt dahinter gelandet er hat bis ihr euch hatte was überlegt nur wo ich bin ja keine Antwort die haben gerade nach unten gibt es sich geschaut die haben wir auch verpackt aber geht auch nicht gut hier ich gucke mir das Video und ich gucke mir das an ok ich gucke es dir alle könnte ich gar nicht gesehen haben die Lachen echt dafür es ist ja mal schnell losgerannt nach deiner kommentare jetzt bin ich genau dahinter gelandet auf einmal alle gegner los genau so die Lachen die Lachen schießen wir auch schon in unsere Richtung ich hab's nicht gemacht irgendwie war das an der Dschufe gerannt der Foto ist umgesprungen unglaublich wie mich für die wieder mit der Ecke oder wirst du bist unfähiger Junge richtig unfähig Alter der Heck hier wird ja fassbar kompliziert war das schätzt die Schütze an Ballerfoto ist besser was geschafft was ist hier los bis wir das zerstört oder verteidigen was äh wir müssen es zerstören bevor das Ding in die Luft fliegt glaube ich irgendwas ist hier gerade hart overload Portalenergie 20% da stell die Gestützerwe da kann der Ball ich bin gleich tot FUTUR KORBEN wo bist denn du ja FUTUR ist wieder ganz woanders nachdem hier die Mission ist die auf Zeit geht ist FUTUR natürlich woanders verständlicherweise FUTUR KORBEN ist ja nicht so es liegt dass der ganze laden hier gleich um die ohren so so er war schon was sind das das schild alter ist pustet mich weg ich bin extra weggeblieben dass wir hier in ruhe hier arbeiten können ok wir haben das Portale wie er 50 Prozent stabilisiert jetzt ist er war das sind dahinter ich muss wieder heck geht ich habe mir wüsste es einfach auch 100 Prozent tun wollen ja ist halt so ja da müssen wir die da wohl wieder besiegen das ist ja ich bin extra ich bin extra ich bin extra ich bin extra Bis zum nächsten Mal.